Wenn man sich mit diesem Teil eines Behördenmeitings auf Basel fahren, ist das nicht im fucking Ernst! Also ich sage ja immer, wenn man ein Produkt auf den Meer bringt, dann muss man das dementsprechend auch richtig testen. Und bei dieser App, die wir zusammen mit Stay für Mercedes-Benz entwickelt haben, können unter anderem Kinder Autos designen und diese dann auf Bastelbägen ausdrücken und in echt mitspielen. Wir haben gefunden, dass wir in echt auch testen müssen und schauen, wie gut das funktioniert und haben uns auf die Suche nach einem Künstler gemacht und diesen dann auch wirklich gefunden. Und schon beim ersten Telefonat war uns klar, dass er für diese Rolle gemacht war. Ich glaube, wir sind da. Oh, grüßi! Sind Sie der Francis, unser Designer? Und wir haben ihm natürlich die volle Freiheit überlassen, weil wir finden, bei so einem Prozess sollte man einfach nicht reinreden. Ausser dort, wo es es braucht. Weil wir finden, es soll ja auch wirklich schön werden. Schön werden! Wow! Merkt es schön! Tino! Tino! Oh! Top! Wow! 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 Oh, sorry. Danke. Jetzt, wo wir schon so eine schöne G-Klasse gebaut haben, und kennst du echt jemanden, der eine G-Klasse hat? Ja. Papa! Papa! Papa, Linus, eine Band, wo seine G-Klasse überall liebt und die Chefpartner ist und in der G-Lock. Bis dann, tschüss! Ey, irgendwie läuft alles mega rund und nachdem, dass wir Kenis und Nolina dazu brachten, dass sie das geile Ding mit uns umsetzen, haben wir nur noch einen Grund gebraucht, dass Linus sein Auto zu Kenis bringt. Und Philipp hatte eine tolle Idee, Linus zu schreiben, dass er sein Auto für ein Fotoshooting braucht. Für ein Fotoshooting. Es gibt überall G-Klasse. Linus hat das nicht hinterfragt. Er hat ohne Überlegen sein Auto zu Kenis gestellt für drei Tage. Wir sind jetzt bei Kenis angekommen. Die G-Klasse ist fertig. Das Masterpiece von Francis ist jetzt am Grosstunnel. Und jetzt holen wir noch den Philipp. Ciao! Wie geht es dir? Ja, bist du auch schon aufgeregt? Ja, mega. Richtig geil. Geil. Dann verkabeln wir dich noch schnell und dann kommt nachher wieder rein. Super! Passt. Passt. Ja, sind wir. Ein bisschen ausgestellt. Haben wir den Glippert bekommen? Nein, den haben wir Glippert bekommen. Und er läuft einfach am auffälligsten Auto der Schweiz vorbei. Das ist so geil. Du! Ohhhhhhhhhh Hahahaha Hahahaha Bringo, Junge! Der auch! Der auch! Hahahaha! Huuuh! Da schnäufel! Hahahaha! 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 Das wär's gewesen. Jetzt hat alles funktioniert. Mega geil. Es ist zehnmal besser angekommen, als wir bei Linus gedacht hätten. Also, wie man gedacht hätte, das hätte ja auch gut angekommen müssen. Weil er muss das jetzt einfach für die nächsten drei Jahre drauf haben. Hey! Danke an Mercedes für den Support, an Kenis fürs Käferli, und an Nolina fürs Kleben, und an Ali für Jeff, und an Francis, unser beste Künstler der Welt. Tschüss!